Dann haben wir 60 begonnen, aber sie sind doch da und schauen. Und wir haben heuer immerhin 200 Euro gekriegt. Ja! Und nächstes Jahr haben wir doch vielleicht Chance auf 250 jetzt. Nicht besser, wenn wir jetzt ein Lied für die Sponsoren machen. Es ist heuerlich heuer über die Sponsoren, aber das ist eher nur ja wurscht. Die Herren durch Sponsoren drehen, das ist gut. Die Enterteile Sie weiß schon, es ist frohlich, ob er überhaupt heut kommt. Sie weiß nur, sie ist hörig, ob er weh. Vielleicht sitzt er schon behaglich in sein Flugzeug und er summt nur für sie eine komponierte Melodie. Künstler Künstler Kommen her, geht Aber gewaschen ist nicht jeder Sie steht halt so auf seine G'schehen Seid Darum wünscht sich die Sponsoren aufs 100.000 Euro Leder. Sie würde einmal bitte einmal nur einmal buden mit Tom Hetz Tom Hetz Tom Hetz Mit der Sache, die sich ihm geschickt hat Und ihrer Seitenblick er wieder ein Kopie Vielleicht doch da Und Herr Maxi Für den Bullen, den sich er gestrickt hat Und er wird sagen, oh, mrs. Hula, nice to see. Künstler sind verhungert, aber Auszug ist noch nicht mehr. Sie schätzt ihm so, wie seine schön sind. Und darum wächst sie auch die Froschponser hin. Aus hunderttausend Euro Leder. Sie will amoi, wippe amoi du, amoi du. Die erste Täter, Harry Peter! Und der Gatte von Froschponser schaut durchs Loch vom Nebenzimmer. Und er freut sich für sein Weiby, aber hoffen tut er nicht. Der Gatte von Froschponser.